Jo! Willkommen! Spontan streamt der Zweiter jetzt auf den Kanal. Dicken Gruß an Inso, der folgt mir jetzt hier auch. Wir sehen uns ja nicht nur beim Retro-Kompott an. Immer du siehst mich und ich sehe deine Worte. Ich zocke jetzt hier ein bisschen so Master System und mal gucken wie lange und so. Mal sehen, wann kommt abends ja noch ein Streamer an. Wie ich Bock drauf habe. Ich weiß auch noch nie was. Wie gesagt, das soll ja hier alles entspannt sein. Und da gebe ich ja keinen Zuschauer. Ich glaube, das bin ich selber der Zuschauer. Das machen wir Bubble Bobble. Ich liebe das Spiel. Ups. Bin ich da gerade gegen gekommen irgendwie? Was hat der denn? Ja, bitte hier doch. Ich glaube, wir sind gerade ans Modul range gekommen. Ich sollte ihn mal vielleicht auch mal wieder... Oh nein! Das ist ein Level, ey. Egal. Warum? Also ohne Flacke wird dann süder. Ich denke, das stimmt für euch halt auch so. Unt�데, komm. Wir sind da wieder. W虧? Du nehm! Wie gesagt? spatahm... M currently?! Ihr seid die haut. errado wird dauern oder? haben wir gehabt wird mit dem original spielt hier mit 1 hat mir ganz original bei mir ist ich nehme den mega drive controller ich weiß gar nicht wie viel level das denke ich auch und damit hier nein nein und springt da hoch ok erstes spiel heute hier kann ich gar nicht runter freunde ich weiß gar nicht, aber wie flackert das heute extrem mit dem und du zusammen wollten ganz sauberes vielleicht hier hoch ja jetzt noch weiter weg hier 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 Dachte ich ja auch nicht schlecht, mein Specht. Wie viele Level hat denn das Ding eigentlich gerade auch irgendwie gefühlt 100 Level oder so weiter? Du 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 du. Ach der Torhüter, immer dieser Scheiß Level hier. Die total hasse. Nee. Ich hab den Chat hier vor einer Zeit gerade, als du dir was geschrieben hast. Ich bin geflackert irgendwie. Also die Sprite Sätze wenn du ein bisschen viel drauf hast. Nein, da würde ich gut. Weg mit dir hier. Nein, scheiße. Ist bei dir so alles klar? Genau. Was soll denn noch da sein? Ich sag mal. Ja. Ich will jetzt mal. Ich will jetzt mal. Hm. Continue. Wird mir jetzt richtig anhatte ich auch hier oben begrenzt. Continue. Mist, ich dachte nötig noch. Ja. Well. Komm schon mal rüber. Was ist das? Ich schaue mir aber die blöde Leute an. Ja, continue. Das Schlimme bei dem Spiel ist, ich kannte das ja bis vor drei Jahren überhaupt. Ist das damals bei mir total vorbei gegangen, das Ding? Und dann immer wenn ein Kumpel gespielt und total verliebt in das Ding. Ist das auch so ein Spielburg Pelsenfest überzeugt worden mit zwei, drei Bier? Läufts besser? Hm, ich hab mich gar nicht ihren Scheißer. Na doch da. Was kommt da her, du? Ach, das war da auch so ein Scheißer, wenn ich mir auch so richtig dämlich angestellt habe. Äh, ich hab euch ja schon mal zu blöd darin zu kommen, wo wir. Ja, da war ich schon zu blöd die Wesen da rum zu kommen. Wo bin ich jetzt? Wie kam ich denn nochmal in das Herz rein? Das war da irgendwie unten oder so weiter. Wo bin ich jetzt? Und dort. Ach, warte mal. Doch, hier? Ja, da kommt's drin, ja. Ja, continue. Ja, ist ja gut, ey. So, eigentlich hab ich's noch mal vorhin, um einmal mein Leben durchzuspielen. Ich hab noch nie gemacht. Vielleicht hätte ich immer ein bisschen springen sollen da drinnen. Wo bin ich jetzt herum? Wo bin ich denn, wo ich denn so irgendwie da rauskomme? Ha, 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 ha. Ich schätze es wird hier auch so sein, wird nach dem letzten Level wieder schon vorne anfängt. 99 Level? Falsch. Den Wasser hätte ich noch nie gehabt. Ich glaube auch das sollte im Wasser sein, oder? Ja. Ja. Ach scheiße. Wollte ich ja auch nicht so. Warte mal. Hier an der Seite. Ja. 200? Ach du Scheiße. Hä? Warte mal. Wie komme ich jetzt hier weiter? Ja. Äh. Warte mal. So. Komm hier in die Rinn. Ah jetzt hier jetzt. Alter. Nein scheiße. Ja 200. Warte mal gucken wie weit ich das mache heute. Oh ja die Passwörter mal aufschreiben. Perl. 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 Pfeffer. Boah. Warte mal. Sag mal warum gibt den Kinder eine Blase darin. Nein Scheiße. Wird ja so richtig kacke, der Level. Denn hurry up, kannst du mich langsam mal? Hier hinzukommen ist eine Tate-Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich die da oben kriegen soll. Und da ruft sie hin dabei. Ja. Ja, weiter. Das ist jetzt wirklich der mieseste Löffel von allem. Ja. 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 Ich bin so süß. Ich könnte nicht einfach da um die runter gehen, dass ich euch alle da kriege. Das ist echt ein Problem hier hinzukommen. Ja super, der Level ist kacke. Ich will ja wo sie rennen. Jetzt. Ey danke für den Tipp Junge. Die lieben den kleinen Steinberg ja nicht gekommen. Nein. Warum fährt der denn da wieder runter? Okay, nächster Versuch. Das ist wirklich kacke, es ist hier hinzukommen. Einmal zu viel gesprungen. Oh man. Hm. Ich bin halt, ich komm da nicht hin. Nein. Oh. Oh. Okay. Und, gehen wir aber her. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Nein. Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, wie ich das ausgelöst habe. Vielleicht hat das Spiel einfach nur Mitleid mit mir gehabt. Oh. 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 Ein Cheiser. wie abkamm ich mal nur mit den blitzen war ich ja dann gewesen durch zufall gerade rausgefahren ja der sieht so tricky aus mann war ich glaube ja da muss ich mein gehirn anstrengen ich muss ja bitte ziemlich herrn Das macht zur Zeit auch richtig Spaß, finde ich das Ding. Was ist denn da für ein Blödsinn? Oh, Scheißerwein, hat er gar nicht gesehen. Und hier runter... Strike! Ja, da komme ich aber irgendwie nicht ran. Was sind denn das für putzige Fiecher? Ich glaube mit dem die muss ich irgendwas machen, ich weiß nicht was das hier ist. Wie muss ich doch an die da oben kommen? Fragen oder Fragen? Nein, hier komme ich auch nicht runter. Ja, hör hier ab. Ich weiß nicht, wie ich da oben hinkomme. Ich habe keine Idee. Die kommen von alleine nach und nach runter, wie es so aussieht. Okay. Ich muss springen jetzt auf den Raufregen, bis in dem ich bin. Ich weiß nicht, wie es dein Kiel ist. Ich muss mich auf den Raufregen. Ich muss mich auf den Raufregen. Ich muss das Brem Welder holen. Ich muss das Brem Light. Ich muss das Brem Light. Ich muss das Brem Light. Ich weiß jetzt hier wirklich nicht. Wienerfahrern könnte ich mitnehmen, ok. Ah, ok. Ah, danke. Oh, Baden-Detten. Schätz mich, muss ich jetzt bloot sprechen. Hm. Wo unten kriegt die? Ne, warte mal. Nein, scheiße, da schießt er ja bestimmt überhaupt nicht dran gedacht. Ach, das war doch auch so mit Blitzen hier, ne? Pff, nehmen wir mal. Muss ich doch irgendwie von hier und an die richtige Höhe kommen. Oh, und mir. Die Diamanten. So, was passiert hier jetzt? Muss ich mal von oben runter fallen? Mal gucken, was passiert. Okay, alle mussten sterben. So, was passiert hier? Da sind wir total einfach. Ich will springen 11. Womit ich jetzt ruf her? bin ich im Level 28 jetzt, ok aber ne, ich werde es heute nicht durch spielen äh, irgendwie, oh da unten brennt es ja fällt mal drauf ja, warum war ich nicht in einer Blase mal drin gewesen? ah, wie kannst du mal hier unten bei mir bleiben? ah, okay, Blase doof, wir haben ein Feuer drin ja, du wichst dich doch einfach naja, nee, ich wollte ja eigentlich nur checken, ob ich da hoch springen kann, ne, wollte ich doch ja nicht das blöde bei Bubble Bobble ist ja auch so ein Suchtspiel irgendwie, finde ich klar also manchmal schreibt man sich auch selten lieblich an nein, Feuer was ich immer gern nix so ohne hier sehen was ich immer gern nix so ohne hier sehen hm, hier blitze wieder nein, 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 oh doch, ist okay warte mal warte mal warte mal warte mal ok, so dann ok ah, nee, falsche Richtung links, rechts, wo ist zu lang Ja. Ach ja, ich vergesse immer, dass die schießen. Ja, ich glaube, das Ding ist einfach überlastet damit. Weißt du zufällig, ob es auch eine Version fürs Megadrive hier ist? So, warte mal, hier bestimmt. Nein, nein, nein. Doch, ne? Ja, jetzt frage ich mich los. Ich weiß jetzt echt nicht, was ich machen soll. Was wir drauf gehen jetzt? Ich bin dann von oben irgendwie ran. Ja, klar, game over. Ungünstig reingestürzt. Oh, guck mal, alle Regenbogen. Ja, das ist aber auch wieder so ein Kacki. Ich komme da nicht raus. Ja, hm. Na gut, dann warten wir, ob ich raus kann. Weil ich komme nicht raus. Hm. Das ist ein Knochen für was. Das ist ein Knochen für was. Das ist ein Knochen für was. Schlechtes Timing, schlechtes Timing. Das ist ein Knochen für was. Okay, ich dachte, der hätte jetzt ja nichts raus. Okay, continue. Jetzt spiele ich schon eine Dreiviertelstunde. Bubble Bubble. Egal. Egal. Naja, das ist doof. Aber danke fürs Nachkicken, ey. Ups, mit dem er gerne hier war ich jetzt mal. Okay, jetzt haben wir wieder ein alter Problem. Wie komme ich jetzt hier raus? Hm. Kann das sein, wenn das Spiel gewollt ist? Dass man bestimmte Sachen einfach nicht macht, wenn man dann in einer Sackgasse drin ist? Ah. Ja. Ja, sie kommen doch raus. Ich komme hier mehr raus. Ich weiß nicht, was ich tun soll jetzt hier. Außer sterben. Okay. Okay. Ah, okay, hat sie erlebt mit den Bubbles rufspringen. damit? Ach, ey? Wie ist das hier? Oh. Ah. Oh. Ah. Es. Hein? Ah. Oh. Ah. Jetzt schaffe ich nicht mit dem Timing da oben. Ich wollte eigentlich nicht springen, ist egal. Nein, nein, nein. Ja, Feuer ist doof, ich weiß, ich komme ja nicht weg gerade hier. Ich schaue mal hier runter, gut. Gut, darin möchte ich jetzt nicht. Das ist kacke. Es macht nur Feuer? Äh, ja, auch nicht doof. Feuer doof, Feuer macht Auer. Hä? Warte mal, no. Nein, 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 wollte ich eigentlich ja nicht. Warte mal kicken, ob eine Feuerbubble da unten rumkriege. Ne, also rauf komme ich da nicht. Oh doch, warte mal. Ah, geil, danke für den Hinweis. Okay, ganz viele Bubbles und dann springen. Aber trotzdem frage ich mich immer noch, wie ich die da unten kriege. Ich weiß nicht, wie ich die da unten rumkriegen soll. Ich weiß nicht, wie ich die da unten rumkriegen soll. Feuer nicht, durchführen kann ich da ohne. Ich weiß nicht, wie ich die da unten rumkriegen soll. Okay. Hm. Warum brennt es nur da? Wer kriegt hier ein Feuer da rein? Warte mal. Ich probiere es jetzt doch mal. Ah nee, warum brennst du denn noch immer? Ah, da wollte ich jetzt ja anieren. Wunderschöne schafft ja mit dem ganzen Bubble-Zauber. Hm, könnte ich mal probieren, ja? Ist das doch, wenn ich mir rein bubble? Dann bin ich dort. Naja, scheiß auf der Schatz. Warte mal, der geht manchmal ab und zu ganz nach oben. Gut, den rein theoretisch. Ja, aber der in der Mitte, den hab ich noch keine Idee. Äh, ja. War mit O-W-Idee. Hm. Continue. Hier ist Tagebuch. Level 33. Bubble Bobble ist kacke. Auf console an. Das war mit Tweeter. Ja, jetzt. Äh, ich werde jetzt mal probieren. Mit den Reihen springen ja. Käse, okay, nochmal probieren, wenn er nochmal nach oben geht, vielleicht klappt es dann. Das dann fragt mich gerade, wie ich da wieder rauskomme. Geht doch nochmal nach oben bitte. Aber jetzt seid ihr schnell, super ey. Ey. Okay. Zeig dir, wo es die Probleme hier rausgekommen ist. Leck mir am Arsch, blöde Ding. Okay. Okay, den habe ich. Das heißt, jetzt muss ich bei den anderen Rind springen. Das ist ja die einzige Chance, Sieg habe. Wie, wo ist der Rhythmus hinter? Sieht mir, wie alle noch ziehen. Ja, scheiße. Um das mir raten, wer zu leben gewesen war. Ich leck mich doch langsam am Arsch. So, der macht jetzt Feuer bestimmt. Okay, Lory ab, du mir hoch. Okay, hier. Okay. Ja, warum kann er noch ran? Mist, Mist, Mist. Nee, den wollte ich jetzt ohne. Okay. Dischhaarig. Kann ich den jetzt mal brennen? Und? Komm, komm, mal brenne, verbrenne. Nein! Scheiße! Ey, wie denkst du das? Einen hab ich noch, einen hab ich noch. Warte mal, wenn ich jetzt... Dann... Ey, genau wenn ich runter springen bin, wiegt der Arsch sich. Fünf Jahre später, sitzt immer noch an Level 33. Ja, das ist ja auch schon klar. Ja, das ist ja eigentlich schon mal ein bisschen her. Ja, das ist ja schon mal ein bisschen, wiegt der Arsch. Okay, warte mal, dann könnte ich ja, das könnte klappen. Okay, warte mal. Nee, so, nee. Aber, warte mal. Nee, da komme ich ja nicht rüber, ist ja der Doofe. Warte mal, da komme ich ja nicht mehr raus, dann. Ich lege gerade mal hoch, komme ich so hoch, warte mal. Zeig Angst vor dem. Ja, scheiße, ey. Komm, jetzt probiere ich, wie er kann mich gerade sehen. Aber ich weiß nicht wie. Ja, nein. Nee, nee, nee. Alter, jetzt sie... Doch, Robben. Ja, auch nicht. Scheiße. Was ist das hier? Okay. Yes. Nee, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Egal. Nein. Ich hätte da nicht der andere Level auch so laufen können. Jump, ja. Ich gehe auch noch mal das schon. Ja, so, Gott, na, aber nicht so. Ich gehe mit diesem Jump, ich kriege noch nie ganz hin. Na, was ich sagen. Okay. Nee, hey. Ich gehe mit dem Kopf. Nee, ich gehe mit dem Kopf. Okay. Na, ich gehe mit dem Kopf. Okay, jetzt bin ich hier assez. Jaaaa! Psch! Komm mal, zehn Schuss, egal wird, Schuss, ne? ich will die springen Was geht nun hier noch? Den Blasenspringen ist wirklich scheiße. Er zeigt den blöden Arsch hier. Nee, 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 nee. Vielleicht kriegst du auf der Seite besser. Ah, okay. Guck mal, dass ich nur Glückdäck gekriegt habe. Nein! Scheiße! Ich bin der Wurst. Ich bin der Wurst. Ich bin der Wurst. Ich bin der Wurst. Also mit dem Blasen, der da rauf springen ist es. Ich verstehe nicht ganz, wann ich kaputt gehen, wann ich mich aufstehe. Ja, das war mir klar jetzt. Das war mir klar jetzt. Ja, passt ja. Ja, hurry up, komm ich mal langsam. Ja, passt ja. Ich verstehe auch nicht die Logik, wann ich rauf springen kann und wann nicht. Ich verstehe, bleib doch mal. Ich weiß nicht, wie der Blasen schlägt. 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 Ich habe eine Stunde jetzt umgestreamt. Reicht erst mal. Äh, inso macht es gut. Kann ich mal kurz abend nochmal was mal gucken. So wie gesagt, so spontan hier, den Kanal hier. Erstmal schönen Samstag. Danke fürs Zusehen. Großer oder kleiner. Ich habe dich noch nie gesehen. Okay. Ciao. Scheiß Spiel. Geil das Spiel. Also warte, bevor ich jetzt hier irgendwas mache. Ne, ne. Also den Level, ich fotografiere jetzt ab. Die Dinger, ich brauche auch im Netz irgendwo. Aber das ist mir auch egal. Kamera. Da. Kein Blitz. So. Da habe ich die irgendwie wenigstens. Oh. Safe. Kann ich jetzt mal in der Stelle weitermachen. Okay. Ciao.